So, geht direkt weiter und jetzt suchen wir uns mal ein Zauberchen da drauf sind. So ein 5, das ist keiner, ein, das ist 4, 2, sind hier nicht so ein Kampf, ah ne da waren wir gerade drauf, Survival Games, 18, Ultra Hardcore, keiner. Okay, spielen wir mal Survival Games, wir haben wohl in den ersten 5 Minuten einen Haferkacken, aber das kann uns ja egal, also, hier komm, kann ich jetzt wenigstens auf mein Pferde, ey, ja, oh, und schau uns weg, nein, ne, warte, äh, nein, ich warte, doch unternehmen, okay, 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 da hast du drin, ich wieder hin, ich wieder hin, dahin, 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 nein, wir haben ein Schwert, äh, ein Goldhack, okay, der hat, der hat ne, Fishing Rod, komm, den holen wir uns, den holen wir uns, den holen wir uns, was, was, da hat noch eine Truhe im Haus, was, egal, den holen wir uns, alter, auf Scharns kriegen, komm, 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 da bin ich jetzt Kierkei drauf, wahrscheinlich wird uns auch noch einer, allerdings waren gerade eine oder zwei von uns ich dachte wir können es jetzt schon was aber er hat keine waffe drin gefunden anscheinend was zu futtern ich glaube kein doch der hat auch eine goldachs keine einzelnen rüstung an das jeden ausdrücklich und sonst auch noch einer der hat eine steinachs die stärker als unsere im gegen ihn das hier hier steinachs haben wir schon mal besser aber wo ist der andere hin der war doch hier oh da hinten habe ich einen gesehen wir haben halt auch noch nicht viel verteidigung oh hier wird scharf geschossen da will ich mich mal lieber verpieseln ok die beschäftigen sich halt noch mit sich erstmal abfauen wir haben schon zwei leute getötet da ist eine kiste hatte ich schon eine gelootet ja wir brauchen einen kisten wir brauchen einen loot 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 da oh fuck der hat eine viel bessere rüstung als wir aber der kann nichts kriegen wir da hat nichts drauf nein 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 nicht verlieren nicht verlieren du entkommst uns nicht dich ficken wir auch noch oh nein warum mach ich denn jetzt zu wenig fps ja nice ok zack zack wir haben schon mal eine eisenmaske eine gold rüstung und ich glaub Ketten Schuhe ok jetzt sind wir fest wieder ein bisschen besser ich weiß ich weiß warum hat das gerade so hoch ich hab sich geruckelt ey der mund der mund spielt auch grad ein bisschen ich brauchte eine werkbank ich weiß nicht ich weiß nicht ob ein goldwert besser ist als ne axt ich glaub mit jetzt machen wir einen einen schaden mehr weil wir den standard haben was ist das was war das ist irgendwas geist gespawnt oh nice nice axt können wir uns auch Pfeile machen aber kein Bogen was ist eigentlich stärker ok gold wir haben eine relativ starke Waffe wäre natürlich geil wär irgendwas mit Diamanten äh was meint der eine da Team kein Teamzieher da waren wir dran ne ja können wir sein kaputt machen nein können wir nicht kann man den jetzt ausrollen auch hier auch alle ähm könnten wir uns ein Eisenschiff schwer machen sechs Anrufsschaden ich weiß natürlich nicht ob das jetzt besser ist durch die Klasse wir nehmen jetzt einfach mal das Eisenschwert weil man damit blocken kann ok ey keine Teams hier wie soll ich euch dann besiegen ich bin doch eh schon der von Herrn hier da waren noch grad zwei da hinten aber die sind ein Team ja sieht nicht aus wenn die sich verklappen würden oh tut was einer mit Hund fuck 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 das war natürlich scheiße aber ich glaube für das erste Mal haben wir uns ganz gut geschlagen schlagen jetzt vielleicht neid ausgewählt neid ausgewählt so Ritter haben wir vielleicht noch ein bisschen besser gewesen Mistkraft hat uns getötet glaube ich auf jeden Fall hat die hier auch einen Hund neid aus neid aus neid aus neid aus 37 wenn du mich jetzt ist uns zu viel ein Rundsachen das ist noch eine Goldheilung hier Goldheilung das ist einer Nein 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 stehen da noch mein Name ich bin noch nur spectator 5 Leute da einer ist 27 Meter weg da geht noch Action ab aber ich glaub die haben sich da kann ich da nicht jetzt nicht in Porn ok, komm 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 immer in der Nacht hab ich so low FPS da kommt die Eiswand kann ich da eigentlich hinfliegen da werde ich dann auch beschmissen ne ruckel 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 komm Leute, gebt euch mal auf die Fresse ich will wissen wer gewinnt ich glaub echt dieser Muscrafter oh 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 oder war das King der hat hier auch einen Wolf der hat die Schuhe aber der hat ein Diamantschwert aber das Face könnte passen mein ah da kommt also immer mit Ruhe ich sag' ich mit ganz geilen Loot und warum gritten die denn dann kriegen die auch gar keine Jams war es schon scheiße hier sich immer ein Team zu zu roten am Ende nein und die hat Schaden gekriegt und ich komm nicht hinterher ah alter was ist hier auf Standard-Texture-Pack jetzt wechseln oder was geht immer gar nicht äh muss der eine hingeflogen 60 ach den aneinander oh Awesome Park hat keine Chance gegen King mein Diamantschwert ist schon richtig fett und dennoch eine richtig geile Rüstung so noch drei Leute ja die spielen zusammen die sind aneinander oder oh King ist da Finn Hart die Wand schmeißt mit Schneebellen die Wölfe haben sich angebissen machen wir mal ein bisschen Moderator King verfolgt die T-Square und da hat er einen Fehler gemacht muss der umdrehen King konnte ihn einmal treffen Loot 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 ist das mein Loot? Ne, ich hatte keinen Bock Oh, das Gebiet schmiert sich immer länger zu T-T-Square kann sich nicht mal lange vor King verstecken Okay, dann starten wir wieder hier der eine Sniper der eine Sniper die feige von hinten King hatte keine Probleme mit den anderen Snoop Dog oh der T-Square greift an und verliert ja ja also mit dem Schwert und der Rüstung und ein Wolf das war halt echt geile Karten ich hab vier Kids gemacht gar nicht mal so schlecht aber das war's jetzt erstmal mit den ganzen Games ich werd mal am Tage mal versuchen einen vollen Server irgendwie von irgendwas zu bekommen warum Werbung warum Werbung ja, weil irgendwie ziemlich bei den deutschen Server oder so keine Ahnung die U-West quasi eingeordnet und 3 Uhr 46 ist es gerade kann schon verstehen wenn nicht ganz so viele on sind und wie gesagt ich werd's mal am Tag versuchen vielleicht sind dann auch ein paar mehr Noobs on und habt dann auch bessere Chancen aber bis dahin haut da rein und bis bald